Ja, aber schnell, weil ich bin da gerade unsicher. In drei, zwei, eins und go. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die mit natürlich Pizzi. Grüß Sie. Der heute garantiert nicht erschrecken wird, garantiert ganz ruhig bleiben wird. Diese Garantie gebe ich euch zumindest für die nächsten zwei Sekunden. Gott sei Dank sind die vorbei. So, mit sagst du gar nichts, gell? Nein, du hast mir letzte Folge gesagt, ich soll die Klappe halten. Ja. Ich folge nur deinen Wünschen. Sag einmal, ich triff den Kaktus nicht. Nie kann man es ihm recht machen. War ich da schon mal? Ja, da war ich schon mal. Ah ja, da ist ja das. Ja. Schatzkiste. Da komm ich her. So. Ähm. Ach Gott, da warte ich ja noch ewig. Ich wollte doch nur einmal Zement herstellen. Wie brauchst du denn jetzt, will ich nutzen? Äh, ich warte immer noch auf den restlichen Zement. Okay. Ich brauche 500 Zement. Ich habe jetzt, äh, 390. Und ich benutze aber schon Forge und Advanced Forge. Mhm. In der Hoffnung, dass es dann etwas schneller geht. Ähm, das brauchen wir nicht. Und dann zum Beton herstellen, brauche ich laute Anzeige, 14 Minuten 36. Ja, komm her. Hier kommt's zu Danu. Was? Was heißt, hier kommt's zu Danu? Ja, Getreide habe ich nicht gebraucht. Ach so, das ist okay. Du bringst mir normal nie was Neites mit. Oh, Zombies. Ja, das bringst mir immer mit. Naja. Ah, Moment. Da ist ein Zirkus. Ich bin gerade beim Zirkus. Da kann ich ja die Reepaus wieder einsammeln, gell. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Da müssten ja wieder viele sein. Genau. Nein, die Zombies sind nicht Neid. So, ich brauche aber Platz. Die Zombies sind ein notwendiges Übel. Das lese ich einfach. So, und jetzt Reepaus einsammeln, genau. Es fehlen ja nur noch 40. PC-Schreie durchbrechen grundsätzlich. Die Schallmauer. Die sind halt wirklich alle voll nett zu dir. Ja, immer. Das will ich machen. Trotzdem willst du die Alpha 17 mit mir spielen. Was heißt wollen? Ich werde auch ein... Verdammt, ich habe... Was wirst du? Was wirst du? Nein. Was wirst du? Ja, ja, werde ich. Au, au, au. Ich schlage gerade ein Schwein mit einem Knüppel. Ich habe endlich 500. Ich habe ein Schwein mit einem Knüppel erschlagen. Glückwunsch. Tatsache, es dauert 14 Minuten 35. Und es kommen 250 Betonen raus. Ja, und wie brauchst du für einen? Was? Für einmal aufwerten, meine ich. Ja, das finde ich jetzt dann raus. Ich wollte erst einmal was herstellen. Fuck, da. So. Gebe ich jetzt raus. Oh, 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 nicht, 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 kaum. So. Ich habe die Nagelpistole mit. Ja, gehen wir jetzt einmal runter. Oh, die Tana nagelt schon wieder. Ich gehe jetzt PC nageln. Ähm. Fest nageln. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Zehn für die erste Stufe. Ich muss in Sicherheit. Das geht ja eigentlich, ich brauche nur zehn für die erste Stufe. Ja, pff. Also. Ich will erst einmal das nehmen. Ja, mehr habe ich jetzt gerade nicht. Genau. Das muss jetzt sowieso trocknen. Habe ich schon. Das brauchen wir nicht. Ähm. Das können wir. Das greppen. Wann kommt die Alpha 17 raus? Mein letzter Wissensstand war Ende Juli, Anfang August. So circa, ja. Sobald ich ein genaues Datum habe, darf ich euch das auch weitergeben. Aber noch habe ich kein genaues Datum. Und wenn wir wissen, wann es kommt, dann wissen wir auch, wann wir ein Wochenende-Seven-Days haben. Weil ich darf das vorher streamen. Und wie Pizzi meinte, da wird er ja genötigt zum Mitsacken. Andere würden sich freuen. Ja, nein. Ich bin eh schon ganz gamsig draus. Eben. Ich glaube, es ist wieder das Problem, dass ich nicht weiß, was ich skreppen soll oder wegwerfen soll. Das ist doch dein Hauptproblem. Ja. Gut, lassen wir das mal trocknen. So. Was? Das hat schon wieder jetzt gebämpselt. Wieso? Wächst hier Gestrüpp? Wo denn? Da, wo ich gejätet habe. Da sollte doch eigentlich kein Gestrüpp mehr wachsen. Naja, viel Unkraut, ne? Sehr realistisch. Oh, nein, 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 nein. Das ist leider immer noch nicht fertig. So. Die Apfelbäume wachsen da schön, das ist gut. So, ich bräuchte Steine, ich bräuchte Sand. Und PC braucht viel Leben, gell? Ja. Ich könnte mir ein bisschen Nehmat bringen. Das soll ich mir schon. Soll ich nicht? Ich hätte gerade Zeit. Ja, dann du. Wie du magst. Kann ich das schon? Ja, dann habe ich Pech gehabt. Oh. Alte Dame kommt. PC nicht schon wieder du und die Damen, bitte, ja? Du und der Peer war viel lustiger. Das ist die Schwiegermutter. Okay. Der Drache. Ja, die beschwert sich wahrscheinlich. Ich habe mir ja das Stück nochmal angehört, vom Ende der Folge, wo du mit dem Bär im Loch warst. Ja. Ja, köstlich. Hast du mir angeschaut auch? Nein, ich habe es als Hörspiel gemacht, so wie ich es im Stream gehört habe. Ich fand es nochmal köstlich. Okay. Deswegen hieß ja die Folge PC und der Bär. Bei mir hieß er zwei, also diese hieß die Folge, zwei Bärchen in der Grube. Okay. Siehst du, ich habe mir noch überlegt, ob ich nur PC-Bär hinschreibe. Aber da hätte ich wieder einen Anschluss von dir gekriegt, ja? Naja, so ist es nämlich. Anschluss von mir? Niemals. Ja, ja, ja. Er tut ja immer nur so harmlos, ja. Oh Gott. So, das nehmen. Alter, bitte. Skreppen. Nein, da kann ich das wieder nicht nehmen. Das skreppen, das skreppen. PC, wenn man dir so zuhört, dann weiß ich jetzt schon, du freust dich auf Ravenhurst 4.0. Wieso, haben sie da einen kleinen Rucksack? Nein, aber den Stamina-Verlust, wenn man überladen ist. Ach, da. Oder wenn man nicht schläft. Ja, da hat er sich ja wieder ausgetobt. Ja, und jetzt überleg mal weiter. In der Alpha 17 kommt dazu, dass du ja essen und trinken musst, weil sonst hast du ja da auch Einschränkungen. Jetzt überleg dir das alles mal in Kombination. Es wird dann deutlich komplizierter. Mhm. Das ist der Super-Gar. Ja, also ich brauche dann ab der Alpha 17 immer, werde in meinem Ohr sitzt, da noch trinken, da noch heißen. Du willst das so wie immer ignorieren. Natürlich. Nein, stimmt nicht. Ich höre immer auf meinen Chat. Manches Mal nur sehr zeitverzögert. Ja, eben. Ich denke jetzt... Rucksack weg. Also 600 Leben hätte ich schon wieder. So, Rippa habe ich jetzt. Cool. Das heißt, wir könnten die Basis vergrößern. Ja, aber da sind teilweise die Ramps auch dabei. Ja, ich weiß. Der ist da unten. Das ist eine Geldbörse unten. Kann ich wieder nicht nehmen. Ah, Geld. Ja, das ist so. Irgendwas. Wo ist denn daheim? Da ist daheim. PC findet daheim nicht mehr. Was ist da neu? Es kommt eben dazu, wenn man nichts trinkt oder zu lange wartet mit Trinken und Essen. Ich weiß jetzt gar nicht, weißt du noch, was runter geht in der Alpha 17? War es nicht auch Stamina? Ja, war auch Stamina. Ja, die Wellness geht ja sowieso runter nach einer Zeit. Aber die machen das ja so. Die Wellness an sich wird ja nicht verringert. Bis jetzt war ja so, dass der Maximalwert von der Wellness runtergegangen ist. Und das war quasi der Maximalwert dann für dein Leben und für deine Stamina. Ja. Und jetzt machen sie es so, dass der Maximalwert ja bleibt, aber du verlierst das einfach nur, das Stamina. Ja. Was ich auch gut finde, ist, dass zum Beispiel die ganzen Level verschwinden. Es gibt künftig keine 150er-Axt mehr. Allerdings bin ich dann gespannt, wie man, ja gut, an den Farben soll man dann erkennen, wie fortschrittlich das Werkzeug ist. Aber die Zahlenwerte werden verschwinden. Lassen wir uns überraschen. Dann wird sowas von sterben in der Alpha 17. Das macht er jetzt ja auch schon. Wo ist dieser olle Bär? Meinst du mich oder der Bär? Meinst du mich oder der Bär? Wiederschauen, ich drehe um. Tombis fress mich. Ja, ja. Die ist aber so klein mit Hut. So klein mit Hut? Ja. Eigentlich könnte ich noch ein bisschen... Sag mal, wie tief kann man da buddeln, dass es kein Lamm mehr gibt, dass es kein Krieg mehr gibt? Weiß ich nicht. Und es waren aber nur einige Änderungen. Es kommt da noch deutlich mehr. Du kannst aber bei den Funpips im Forum schauen. Da gibt es schon eine Liste mit Sachen, die sich verändert haben. Allerdings weiß ich nicht, ob die schon vollständig ist. Aber die Liste ist auf jeden Fall da zum Nachlesen. Der B-Maus ist getroppt worden. Also den gibt es definitiv nicht mehr. Crow möchte dich erinnern an einen Fail, den du gerade geliefert hast. An mich? Ja. Wenn du jetzt stirbst, dann bist du ja noch schneller bei mir. Ja. Ja? Ja, willst du das? Kriegt der Crow ein Plus in seinem Mittagungsheft? Kriegt er ein Sternchen oder ein Bienchen? Ein Sternchen, ja. Okay. Ein Stempel. So ein Streber echt. Naja, aber er hat nicht unrecht. Bies mag nicht husten. Ich glaube, das ist ein Zombie, dabei hast du nur gestimmt. Echt. Was? Willst du sagen, du hast mich gerade für einen Zombie gehalten? Nein. Okay. Das ist eine Frage. Nein. Nein. Was ist das? Das brauche ich nicht. So, wie spielt haben wir es? 21.05 in game. Ja, aber die Schaufel, die gehen recht gut jetzt, finde ich. Ist das jetzt? Ich brauche noch. Das ist jetzt dort, okay. Also, drei tief. Dann gibt's nix mehr. Kein Problem. Okay. Bist du noch da draußen, Peti? Ja. Tausend ungefähr. Okay, sehr gut. Was wollte ich denn eigentlich herstellen? Crucible, genau. Werkzeug mit Stahl. Nein, Crucible. Nein, Stahlwerkzeug. Ja, stimmt. Den Crucible. Da kann ich jetzt nur 50er herstellen. Hi, Oumis. Da braucht man ja mehr Stamina. Hi. Ich weiß nicht, hast du da jetzt den Tyrandosaurus genommen oder so? Nein, bist du ja nicht. Gelevelt? Na ja, dann schaut's kritisch aus. Miner vielleicht. Miner hast du ja auch nicht genommen, oder? Nein. Oh ja, einen Miner müsste ich haben. Warte mal. Einen Miner habe ich zumindest auf eins, ja. Den werde ich aber noch weiterleveln. Wobei, warten wir mal, ob wir die Punkte doch brauchen. Ich weiß gar nicht, welchen ich habe. Aber in meiner habe ich zumindest. So. Eine Minute 50 noch. Eine Anzeige, wie viele Leute jetzt in dem Chat sind, hast du nicht jetzt, oder? Ähm, nö, ich kann nur getrennt schauen, wie viele in dem und in dem Stream sind. Gezählt euch einmal durch. Das ist so ein Knall, Peti. Alphabetisch. Im Alphabet als erster Stelle fängt an. Ja, Jan Horst, du sagst es. Oh, ich habe kein Staminen, und deshalb geht nichts weiter. Ja, jetzt hast du es. Jetzt fangen Sie an zum Zählen. Und jetzt? Okay, Bismarck ist drei. Der Finster ist jetzt auch drei. Okay, da stimmt das nicht. Müsst du von vorne anfangen. Oh Mann, Peti. Ah, vier. Aber M ist alphabetisch sicher nicht an vierter Stelle. Der Bismarck kann ich mir gut vorstellen. Fünf A, M ist A. Ja, Robert, du hast schon den typischen petischen Urschrei verpasst. Und jetzt ist es 22 Uhr und du bist noch draußen. Also besteht die Chance auf noch mehr. Also der Emser, glaube ich, der ist die Nummer eins. Witzig. Das war jetzt böse. Ja. Das war... Ich lasse mich da einmal in die Kiste. Nein. Müsst, da habe ich noch Rebar-Frames drinnen. Ach so, die sind eh da oben. Ja, die Rebar-Frames bringen wir aber nur beim Neubauen was. Naja, die werden uns das sicher wieder kaputt machen. Schätze ich halt einmal. Ja, dann können wir es einbauen. So, Klee habe ich auch. Steine gebe ich ein bisschen. Steine brauchst du auch viel, gell? Ja. So, einmal 250 Zement sind fertig. Ja, aber wie weit kommst du jetzt damit? Und nein, der Bucket ist weg. 25 Blöcke für einmal erweitern. Also für einmal aufwerten. Das muss aber dann trocknen und dann könnte man es ja quasi noch einmal verbessern. Ja. Das schaue ich jetzt gleich. Dann braucht aber nur noch 5 für die zweite Stufe. Okay. Also insgesamt 15 pro Block. Ah ja, genau. Wo willst du das Kochbuch hinhaben? Ähm, hau es mir mal in die Zutatenkiste. Weiß nicht, ob du das schon hast. Ähm, soll ich mal 2 hoch oder 3 hoch Zement machen? Mach, wie du willst. So wie du es machst, das ist richtig. Okay, das müsste man zuerst mit Cobblestone ausbessern. Der ist beschädigt. Das ist da. Nein. Das ist auch beschädigt. Wartest du denn schon wieder die Kleiderbox hingeben? So ein Gedächtnis hat Pizzi. Ah, da. Ähm, Mining. Ah, da sind die Miner. Helme. Ich brauche Cobblestone. Da gibt es noch eine Challenge für dich. Achso, du hast ja letztes Mal alles gescrappt. Yep. Ja, nur die Bücher, weil ich mir ziemlich sicher war, dass wir heute nicht mehr da sind. Tja. Hi, Timofi. Petsche, Petsche. Ja. So kann man sich irren. Äh. Aber nachdem ich es geschrieben habe, hast du doch auch geglaubt, dass sie fertig sind die Woche. Ja. Pff, das ist ja ewig. Ja, aber was bleibt das Alternative? Genau, das wollte ich ja schauen. Ich kann ja einen... Iron Sledgehammer kann ich nehmen. Ich kann nicht. Da gibt es ja diesen Elektriffen Sledgehammer. Sledgehammer. Ah. Oh Gott, da brauche ich den Chemistry Station. Die haben wir aber eh. Nein. Das heißt, die haben wir nicht. Na, Chemistry Station haben wir doch keiner. Das ist doch die Station auf dem Schrottplatz, oder? Ja, dort haben wir einer. Ja, das meine ich ja. Das reicht ja. Weil ich habe ja das Rezept für den elektrischen Sledgehammer gelernt. Aha. Den kann ich ja. Ich habe nur nicht das Rezept für den Sledgehammer. Da habe ich mir gedacht, ich baue mir aus dem vorhandenen Sledgehammer einen elektrischen. Ach so. Und würde gerne wissen, ob ich den dann reparieren kann. Mhm. Müsste eigentlich gehen. Könnte, sollte, müsste. Müsste. Ja, ich bin nicht schon ruhig. Wieso? Ich habe es verstanden. Ja, ja. Was hast du schon wieder verstanden? Passt schon. Nichts, was steht da her. Nichts. So sind es. Warum machst du keine Holzframes in den Ofen rein? Nein, weil in der Mod das egal ist. In der Mod ist es wurscht, ob du Holz verbrennst oder Frames. Weiß ich nicht. Wir haben 2 Minuten 30. Beziehungsweise haben wir das Problem, dass die Frames, die Frames brauchen in der Mod Nägel. Genau. Und deswegen werde ich nicht die Frames verbrennen. Ach so, geht ja noch nicht. Öl. Was fehlt dir? Zement. Ziegelsteine. Haben die schon irgendwann mal was mit Ziegelsteinen gemacht? Mh, nein. Oh. Okay. Schau, ja, normalerweise sind ja die Frames nur aus Holz. Und wenn ich hier aber die Frames bauen will, dann brauche ich auch die Scrapped Iron Nails. Die sind zwar nicht teuer, aber warum sollte ich die verbrennen? Schau dir mal die Ziegelsteine an. Ah, wo? Moment, Moment, ich habe sie im Endeffekt da. Moment. Schau, drücke mal auf Rezepte und schau dir an, was man damit herstellen kann, wie man verbraucht. Ob das besser ist, als ob der Weg günstiger wäre. Wie siebs. Die Brick halten definitiv nicht. Ach so, mit Concrete Mix. Genau, mit Brick brauchen wir nur 5 davon. Ich baue mal einen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, das schauen wir uns einfach mal an. Wir haben eh nichts anderes zu tun. Nö. Wir warten doch eh noch auf die Alpha 17. Genau. Danke, The Rock. Aber die 5000 hatte ich früher schon mal. Es gab sogar irgendwann einmal den 5000er Special. Irgendwann. Jetzt habe ich es auch mitbekommen, dass er da ist. Ja, PC hat eine lange Leitung. Die Leitung von mir hier, Wien bis ihm hin, gut, das Gewitter ist schuld. Aber ist schuld. Ist das der Rock vom Helm? Das ist der Rock vom Helm, ja. Ja? Ja, ja. Also, eure, eure sind ja auch genial. Ja, PC findet eure Aufnahmen sehr erheiternd. Ich muss echt sagen, ich bin gestern da gesessen und, naja. Das Beste war ja, ja. Hinter mir sind tausend Hunde. Ja. Ich höre das dann immer über, ja. Ja, und ich gehe nicht mehr raus, da sind Hunde draußen. Ich mag nicht wieder gebissen werden. PC feiert eure Folgen, ja. Ja. Und ich darf mir das dann immer auf WhatsApp anhören. Schade, dass PC nicht einen Stream macht. Ja, bei PC ist es so, er könnte entweder aufnehmen oder streamen. Und er will es lieber aufnehmen. Nee, nee, nee. Das Streamen, das bringt dir nichts. Weil die Thanos streamt ja eh und... Und beim Alpha 17, also bei der vorab, was wir zeigen, der darf PC dann nicht aufnehmen. Er darf zwar mitmachen, aber... Nicht selbst streamen. Robert, der Rock sagt, es ist schön, dass sie dir gefallen, PC. Und der Rock, falls ihr irgendwelche Fragen habt, zu der Mod, bitte fragt's. Mein Discord oder mein Steam steht euch immer offen. Weil wir ja auch die Experten sind. Nein, aber so zwei oder drei Sachen, davor hätten wir sie schon warnen können. Ja. Ja, ja. Die normalen Fässer? Ich sehe jetzt nur die brennenden Fässer. Welche? Die normalen Fässer, also die nicht brennenden Ölfässer. Die sind da drinnen, umgewandelt. Warum brauchst du das? Also hast du schon umgewandelt? Nein, ich habe welche und wollte es deponieren. Einfach reintun, die habe ich alle hier in diesem Ölfass. Die habe ich letztens schon umgewandelt im Benzin. Müsste ja in der letzten Session gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, ich war in jeder Kiste schon dreimal drinnen. Du kannst mal den Fortschritt sagen, dass sie ein bisschen schneller sein sollen, was Zement angeht. Naja, vielleicht sollte man wirklich dann zwei Fortschritts dann... Ich benutze doch indirekt schon zwei. Ich benutze gerade die Advanced und die normale. In beiden Fortschritts mache ich gerade nichts anderes als Zement. Ja, ich meine, wenn jeder die Questreihe durchmacht, dann hat man ja eigentlich alles doppelt. Ja, aber du weißt genau, dass man so weit nicht kommt, weil wir machen ja... Was denn? So sieht PC aus, okay. Bist du beim Preffen dabei, Danu? Vielleicht, das kann ich noch nicht sicher sagen. Ich habe es schon mal eingeplant, aber es gibt da noch zwei Wenn und Abers. So, ähm, Pistole, wo ist mein... Ich habe keine Armbrust mehr. Hm, hast du es vielleicht oben reintan? Weiß ich nicht, da ist ziemlich kaputt da drinnen, aber... Na, da war auch eine 195 oder was gerade drinnen. Sieht so aus, als hätte ich da... In der Kiste oben. Ja. Ist eine 195er, glaube ich. Ah, 209. Ja, ich brauche auch... Auspupolz brauche ich ja auch. Hm, warte, ich repariere dir die mal. Können wir die nehmen, die 278, die da drinnen sind? Ja, ja. Hast du genug? Ja. Ich gebe da die Iron rein. Oder habe ich die rausgenommen, weil ich hier die Blunderbuss jetzt habe? Lass du mich kurz rein? Blunderbuss. Ja, freilich. Ähm, da hast du eine reparierte 214er. 214er. Was denn ist besser als meine? Meine ist 200. Da kriege ich gleich sicher wieder in den Kopf. Oh, 30 Minuten sind es, gell? Oh, 30 Minuten sind es, gell? Aber das in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.